ja gar keine krieg mission mehr letzter zeit die zwölfminütigen mission flash mission die wir haben mission koordinaten festgelegt wir nach rhein schon wieder alles kaputt machen kann man auf diese insel da kommen wir wahrscheinlich nicht darüber immer so würde ich sagen obwohl wir können lieber so gehen und dann können wir hier noch die ganzen sachen nehmen okay wir können einfach evakuierung nehme ich mal dann sind wir hoffentlich sicher nicht soweit die theorie so schweres maschinen zeig mir was du drauf hast ich weiß immer noch nicht was der unterschied zwischen meinen zwei geschütztürmen ist die normalen schießenden der eine ist länger aber ist ein schwächer nehme ich an weil in einem stand der andere ist wendiger also ich bin jetzt nicht dazu ein riesiges problem ist aber okay jetzt sollten sie fallen denken sie dran ich habe mir mal schieb geholt jetzt zum teil 450 750 an 950 rpm runden pro minute was wird jetzt ja munition anliegen ich wollte sich mit dem motions stil wechseln also da ist es hier es gibt mir das waschen wir okay das ist eine große fabrik ich glaube ich sehe da hat mich von hier aus ich habe da nichts passiert ist ja gar nichts mehr ich glaube von der habe ich gesehen habe ich gesehen die agierten wachertüben ja 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 und der demokratie so was aber ja 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 preiser lang am lachlander ding das markierte typ ja genau da eingeschossen wo ich mich hingelegt habe dauert probieren er muss man mal eine nähe bleiben das ist der das ist die richtige einstieg das ist ein ganz blöder neuer trennt von den anscheinend die freie gemacht die scheiße hier ist auch gar nichts ich habe eine eingesammelt und leider was hat hier fabrik wasser was hier genau das ding gelandet was supposed to be an earth-shattering explosion bar wo das hat er in gelandet leider da kommen wir nicht versuchen super super ah mitten in stachel ich hatte gerade nachschub mit meiner pistole nicht so gut treffen in dem säure kann ich mich mal schneller bewegen also ich kann mich gar nicht bewegen ja ich bin ich nur so ich nehme die ganze zeit schaden weil es ja noch was kann ich mal hauen oder irgendwie so was da ich nehme ich habe ich nicht bewegen gar nichts hallo da habe ich mir geglischt meine ausdauer geht auch die ganze zeit runter weil ich habe mich jetzt haben wir das nicht geheilt ich war irgendwie jetzt meine ausdauer ging die ganze zeit runter ich habe schaden genommen keine ahnung was das jetzt gerade war ich hoffe dass der zweck ja jetzt kann ich wieder aber merkwürdig na bitte nicht noch mal soweit noch 30 minuten für die mission was haben wir dann der hellenbombe am start du bist mit ihr hat dann abschließt du da müssen wir kaputt man warte mal unsere fesse in der nähe ja jetzt aber niemand nur ein aufgabe kommt nicht blaues ziel wieder demokratie nein ich wollte der blöde ist okay okay ich dachte so verdächtig aus na ja anscheinend nicht wir sind genau so ich in letzter zeit sehen wir die einfach ich habe eine bombe reingeworfen okay oder waren wir und motions die poste ja natürlich habe ich getroffen aber mir nichts schaden gemacht hätte mich auch gar nicht treffen müssen diese feuerwerk geräusche da steht gegen die mann pflege aber mich eben so verbrennen ok na hier ja so nein ja ich habe doch letzten augen getroffen was macht die tür auf macht die tür auf eine überraschung für euch ich habe nicht getroffen ja jetzt habe ich natürlich okay getroffen ich war mit spritzen wenn ich brenne der war sich der weil ich gegen ihn keine chance so nachdem ja was geht nach da verdammte ich glaube ja das tod dann gehen wir da hinten sind nein sind sie da wo es wo das damit kämpfe ich die ganze zeit ich weiß nicht ein schuss habe ich noch jetzt weiß wo ich mich die ganze zerteilung siegern an dem schiff da kommt ein stelltyp näher ja ja keine ganaten keine sohn wo wird das schon gelandet sein hier sind doch immer so hier was so das ist ein Terminal Wenn man da in der Nähe Ich möchte trotzdem getroffen aber gut positioniert glaube ich ja weiß nicht auch was der schießt irgendwie kriege ich keine kürzen weiter 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 stopp so gott man rober schrecklich so haben ist ja so ein gebäude bei mir am fliehen jetzt ist dann lang das war schon gar mein adler jetzt geht er auf die kleinen noch halb nicht so schreckt was die typen an gericht ich bin gerade über eine wäne gelaufen aber die sind wirklich hoch wir hatten da von der reichweite sind die zerstört wenn ich sie so erledigt muss auch beide ziehen damit ja die hat hier meine schwestern dann brechen die zusammen dann sind ja auch kaputt wo sind wir noch medizierungen der ja ich schieße darauf dass man hat sich wecken kein raden aber nicht schlecht die schweren gestellung die man rufen kann die kann nur leichte passung durchdringen also das steht in der beschreibung ich brauche meine person weiß und die ganze so die roboter also hat hier aber was mich halt von den so fahrrad das ist meine granate jetzt kaputt geht warum kann ich nicht hochkrettern ich weiß nicht mal die sachen reise das weg glaube ich ja wow oder aber bin ich soweit ich habe jetzt noch mal geschütter hatte von der ganzen hinten tun und abschließen ja natürlich noch aufgefallen habe ich verwirrt weil ich gar nicht davon dann links und sonst die ganze aber abschließen ja ich habe mir gerade neun gespawnt verstehe ich wurde er gelandet ist meine raketen meine kanone ist hier muss ja auch hier sein wenn man fast diese blöden suchspiele leute wo ist das ding muss man ja noch einfach ein spielgeglitschte ist was weiß ich weil er nicht nein gott zu eine tosten kombination machen und schulen neu habe ich auch gerade gemacht hier wegen noch ein paar sachen glaube ich wir kommen hier schon wieder nicht weg keine ahnung wenn du ihn nur sparen können ich muss ja weg ich muss ja weg es geht um die korrekte noch zehn minuten für die mission okay der flug abwehr wenn man viel vorgebracht da nach dem eko weil es die flugabwehr wir sind nötig ein geschütz unterwegs aber schon fällige naja nicht ja da ganz hinten sind da auch das war ich glaube ich habe ich gespritzt man wir müssen genau in die richtung er säcke er hat mich angeschossen und jetzt mache ich eure zivilisation kaputt oder was das war die motion von der maschine ist aber voll schnell leer weil mein alt ist irgendwie viel länger gehalten dabei ist er weg wir müssen noch alle wärmer schon war genau aber auch vorwart werde ich die ganze zeit hier gegen geboxt so nehmen wir nach gehen und war geschossen der sack das ist noch eine fabrik hier nachladen war stellte hauha und schießen wenn ich mal meine granaten die typen treffe dann sind sie tot so eine kanad reicht eigentlich schon aus ich bin mir sicher dass sein ist aber anhalt da ganz hinten ich gehe zu einer kurierung weiter vom stück ich habe gerade mein adler weit gemacht da müssen wir lange vier minuten warum die mission war uns so lange in letzter zeit hey du pharmak beginnt gar nichts mehr ich meine du hast gar nichts mehr sachen ich sehe dann im winter und da auf der linken sind ja die schaffen wir aber nicht mehr glaube ich nicht da ist ein halk neben der tag 50 meter ktg weg ich habe damit jetzt nicht gemeint hat doch den losgehen soll gerade ich dachte das würde die mannschaften ich komme ich komme die panzerabwehr einsetzen aber ich sehe nichts in diesem blöden nebel hier sind sie schon sagen wir haben sie so nah hat ich war wieder gefühl wer wagt es ein paar schämtheit mann schwere maschinen wir übrigens irgendwie nicht so finde ich jetzt sehe ich weil ich damit ein dings getroffen hätte wenn einmal panzerabwehr aber die treffe ich habe einfach auf gut glück mit einer kehrwerfer aufgeschossen jetzt haben wir euch auch ein effekt was machen wir jetzt aus dem grund klingel wieder eine skelette in diablo und lasse da sind die menschen wir haben gerade ein erfahrungspunkt bekommen aber ein prozent noch übrig hatte überragender patriotismus aber nicht mehr hat sie ja aber level 20 dann müssen wir neue spielzeuge freu freu ja ja rein eine mission dann sind wir 20 seriös wahrscheinlich gut gemacht viele feinde getötet viele proben gesammelt neue waffe ausprobieren